Ich heiße Jana Häusl und ich bin fast elf Jahre alt. Also mein Traum ist, später mal im Weltcup zu fahren oder Profi-Freeriterin zu werden, wie meine Mama geht. Mein Papa, der Stefan, ist in der Freeride World Dog gefahren. Meine Mama schaut alle Live-Rennen an und ich schaue es nachher im Replay an, wenn der Papa daheim ist und ich weiß, dass er sich auch angekommen ist. Im Winter habe ich alle richtig viele Programme und dann ist viel los. Meine Mama und mein Papa lernen immer alles, was sie über das Gelände wissen müssen. Und ich fühle mich alle sicher bei ihnen, weil sie ja wissen, was sie tun. Just be with me Just be with me Just be with me Und wenn es mit meinem Traum nicht klappt, sie fahren wir alle hin und meine Mama und Papa.